Hallo meine Sonnenblumen, hier ist wieder der Buh mit einem Newsflash. Dieses Mal gibt es erwartungsgemäß nach dem Major nicht ganz so viel zu erzählen, aber ein paar interessante Sachen gibt es trotzdem. Wie fast immer fangen wir klein an. Es geht um die Rock Masters. Tai Lu hat sich im chinesischen Qualifier knapp gegen Vici durchgesetzt. Es ging in drei Maps, es war in Best of Five, aber die ersten beiden Maps endeten in einer Overtime. Tai Lu kam trotzdem weiter und qualifiziert sich somit für das 250.000 Dollar Turnier. Außerdem gab es eher traurige News für uns als Counter-Strike Community, denn das nächste Major wird erst 2018 stattfinden. Höchstwahrscheinlich eben früher, so wie es bei der E-League schon der Fall war. Mal sehen, wer es denn dann bekommt. Die PGL war ja jetzt vor kurzem dran, E-League war auch dran. Vielleicht wird es wieder die ESL. Mal sehen, ich bin gespannt. Außerdem geht die Pro League am 22. August wieder weiter und auch Big ist dabei, also schaut fleißig rein. Wir übertragen natürlich alle Spiele. Und da wir vorhin schon über die E-League gesprochen haben, beziehungsweise sie angesprochen haben, die Gruppen für die nächste E-League-Season wurden preisgegeben. Es ist ein bisschen interessant, wie ihr hier schon seht, auf der Grafik, SK und Astralis landen in einer Gruppe. Ich habe darüber gleich mal ein Video am Wochenende gemacht. Ihr könnt es euch gerne hier anschauen. Ja, außerdem gibt es ein paar andere Ungereimtheiten bei der Gruppenaufteilung, aber die liegen unter anderem am Schedule und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach trotzdem nicht einwandfrei organisiert, die ganze Sache. Mal sehen, wie das Turnier dann an sich abläuft. Und last but not least, Neuigkeiten aus Amerika. Swag wurde ja ein Band, auch wenn das nicht wirklich damit zusammenhängt, hat er bei der Fragadavia 11 mitgemacht. Der junge Brax hatte es mal wieder gerult und hat das Turnier gewonnen mit seinem Team Onage. Und anderem war auch Stil zugange. Der hat den dritten Platz mit Bees Money Crew belegt. Und bevor ich hier im Scheinwerferlicht zergehe, mache ich Schluss mit den News. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.